Hallo, herzlich willkommen ein weiteres Mal bei uns hier im Tamron Studio. Heute habe ich wieder einen sehr interessanten Gast für euch. Ich freue mich auf Philipp Ruhrp. Herzlich willkommen, Philipp. Danke. Schön, dass du da bist. Du hast uns ganz viele spannende Bilder mitgebracht, Geschichten mitgebracht. Auch. Du warst unterwegs mit unserem 28 bis 200 Millimeter, 28 bis 56 Reisesoom-Objektiv. Richtig. Eigentlich sollte es auf die sonnigen Kanaren gehen, aber erstens kommt es anders und zweitens warst du dann nachher in Bayern. Das ist absolut richtig. Ich wäre auch gerne auf die Kanaren gegangen grundsätzlich, muss aber jetzt nach dem Shooting sagen. Also das steht dem in nichts nach und es war auch mal gut, das nochmal in live zu sehen, dass man auch hier in Deutschland irgendwie schöne Sachen machen kann. Da muss man nicht irgendwo hin fliegen. Also das ist mein Ernst. Das meine ich ernst. Das muss ich sagen, weil man kann ja, was soll ich sonst sagen, man kann ja nirgends hin, sondern es ist schon. In letzter Zeit haben wir, glaube ich, alle ein bisschen festgestellt, dass Deutschland eigentlich sehr, sehr schöne Ecken hat und man gar nicht so weit weg muss. Und gerade bei dem Shooting war es interessant. Statt die Sonne der Kanaren, ein bisschen Schmuddelwetter in Bayern. Das stimmt allerdings. Das stimmt habe ich dir erzählt, dass wir, also ich sage mal so, der Sonnenanteil war nicht so hoch, wie ich mir das erwünscht hätte. Aber es hat gereicht. Es hat gereicht. Wir sehen es nachher. Auf jeden Fall. Du hattest auch ein paar interessante Geschichten noch mit illegalem, halb illegalem Grenzübertritt. Naja, das Problem ist ja auch, dass man jetzt in der jetzigen Zeit, also ändert sich ja von Tag zu Tag, was legal ist und was nicht legal wäre. Und da war das noch, also es ist ja schon irgendwie zwei, drei Monate her. Das heißt, da war es noch so, dass man eigentlich zu Urlaubszwecken nicht nach Österreich fahren durfte. Also wir waren ja in der Grenzregion zu Österreich und businessmäßig darf man rüberfahren. Jetzt haben wir natürlich ein Outdoor-Shooting gemacht mit so einem Campervan. Und wenn man jetzt so eine Schleichstraße in der Grenzregion über die Grenze übertritt und dann die Polizei da steht und sagt, Moment, Sie dürfen hier nicht rüberfahren. Sie müssen wieder zurück. Und wir sagen ja, nee, wir müssen hier arbeiten. Und die sagen, ja, genau, klar, auf jeden Fall müsst ihr hier arbeiten mit eurem Campervan. Und wir so, ja doch, wir müssen Fotos machen. Ja, genau. Und das war so ein bisschen. Und wir haben halt, wir sind immer weiter reingefahren und weiter reingefahren und wir haben gedacht, hinter jeder Ecke steht jetzt irgendwie so eine Polizeistreife und wir müssen da argumentieren und so. Aber witzigerweise, wir sind bestimmt 45 Minuten reingefahren und da war gar nichts. Sehr schön. Ja. Deswegen auch schön, dass du hier bist und nicht irgendwo festgehalten wurdest. Nicht im Gefängnis in Österreich, ja. Jetzt mal eine Frage für dich als, du bist Outdoor-Fotograf, Sportfotograf, Reisefotograf, kommst mit einem Objektiv aus. Was ist für dich der Vorteil von so einem Reise-Zoom-Objektiv? Also, ja, stimmt alles. Und der Vorteil ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, für mich die Größe. Ich wollte da nachher im Vortrag noch ein bisschen näher drauf eingehen, aber das können wir aber jetzt vorziehen, das ist kein Problem. Deswegen habe ich das auch so hinstellen lassen, weil grundsätzlich ist mal das Packmaß von dem 28-200 ist wirklich, wirklich klein für das, was es kann. Für die Lichtstärke, also die Offenblende, für den Zoom-Bereich. Und das ist ja die Range, die ich benutze und die ich normalerweise auch dabei habe. Und da zählt halt auch jedes Gramm. Und wenn man jetzt mal guckt, die beiden Objektive sind in diesem Objektiv drin. So, das darf man nicht vergessen. Natürlich irgendwann wird die Blende ein bisschen kleiner, das ist ja völlig klar, aber im Großen und Ganzen ist es nur eins von den beiden. Nur mal zur Info, wir haben hier das 28-75-2.8 und das 70-180-2.8. Wenn man hier sieht, im Verhältnis 28-75, 28-200, die tun sich überhaupt nichts. Genau, für die Größe kriegt man das noch mit dazu geschenkt. Sag ich jetzt mal. Gut. Genug von mir. Jetzt wollen wir Bilder sehen. Ja, gut. Klar. Viel Spaß. Und ich verabschiede mich schon mal. Und jetzt viel Spaß bei den Bildern von Philipp Rohab. Ja, danke. Ja, vielen Dank, Andreas. Ich habe eigentlich gehofft, dass noch Kommentare zum Hemd kommen. Aber gut, dann nicht. So, ich habe die Präsentation dabei. Outdoor made in Germany. Das haben wir ja im Intro schon gehört. In Bayern. Was wir auch schon gehört haben, ist, dass ich das 28-200mm, 2.8 bis 5.6 dabei hatte. Und das ist auch genau der Punkt, wo wir angreifen. Und zwar das 28-200mm im PR-Check. PR steht nicht für Public Relations, sondern für Philipp Rohab. Also, was halte ich jetzt konkret von dem Objektiv und was nicht? Ich habe mir mal drei Punkte rausgesucht. Feature 1 ist für mich, also in dem Shooting, definitiv die Naheinstellgrenze gewesen. Und zwar sowohl im Weitwinkelbereich als auch im Telebereich. Da gucken wir mal rein. Ich habe ein Bild mitgebracht, das mit 28mm fotografiert. Es war, auch das habe ich vorhin schon gesagt, das war jetzt nicht das brachialst gute Wetter die ganze Zeit, sondern wir hatten sehr wenig Sonnenstunden. Und wir hatten auch richtig Regenwetter. Das heißt, wir mussten uns da mal in so ein Café verziehen und die hatten so Deko. Ich habe letztes Mal schon falsch gesagt, was es ist. Lavendel, glaube ich. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ich bin quasi mit dem Objektiv in dem Lavendel drin gehangen. Und das waren quasi, weiß ich nicht, 20cm. Naheinstellgrenze liegt bei 19cm beim Weitwinkel, bei 28mm. Und das ist schon richtig, richtig nah. Also da, man sieht auch wie, ich habe 3,5 als Blende gewählt, weil sonst ist der Schärfebereich auch im Weitwinkel so unfassbar klein. Aber die Schärfe ist auf jeden Fall überzeugend. Ich habe auch noch eins gemacht mit der Naheinstellgrenze fürs 200mm Objektiv. Die liegt ungefähr bei 80cm, glaube ich. Und auch da, das ist halt, es macht richtig Spaß, damit zu fotografieren. Das bringt mich zum Feature 2. Das haben wir schon sehr ausführlich im Intro besprochen. Ich sage es aber noch einmal. Und zwar für mich als Reisefotograf des Packmas natürlich unübertroffen genial, weil es die Qualität und den Zoom-Bereich in diese kompakte Bauform zu pressen. Ich weiß nicht, wie Tamron das gemacht hat, aber das hat auf jeden Fall, haut auf jeden Fall gut hin. Ich habe jetzt hier noch ein Bild, wo es noch mal drauf ist. Es ist kein gutes Referenzbild. Aber man sieht daneben so 0,4 Spezi. Da kann man sich ungefähr vorstellen, wie groß es ist. So, und das ist, jetzt sieht man den Einsatzbereich, wo ich mich normalerweise befinde. Also ganz rechts am Bildrand seht ihr so ein kleines gelbes Zelt. Und da bin ich, also in Island jetzt, da bin ich vier Stunden hochgewandert auf dem Berg. Es war der höchste Berg in der Region und habe da übernachtet. Und natürlich ist es Fakt, dass alles, was ich in meinen Rucksack packen muss und diese vier Stunden lang auf dem Berg tragen muss, ist natürlich eine Belastung. Und wenn ich das schaffe, das in ein Objektiv zu packen, den Zoom-Bereich, statt in zwei oder drei Objektive, die, selbst wenn sie klein sind, trotzdem die doppelte oder dreifache Menge sind, dann bin ich sofort dabei, wenn mir jemand sagt, ey, du hast die Qualität und den Zoom-Bereich in einem kleinen Objektiv drin. Mich fragt man dann auch immer, okay, wie ist es jetzt mit der Brennweite? Ich persönlich, also für mich ist die ideale Kombination zusätzlich zu dem 28-200 noch das 17-28, weil dann habe ich von 17 bis 200 alles abgedeckt und das reicht dicke. Also da kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde, also wenn man zu mir sagt, du kannst nur ein Objektiv mitnehmen, dann würde ich auch mit dem 28-200 auskommen. Da hätte ich eher die Sorge, dass ich so trottelig wie ich bin, das ins Wasser fallen lasse und dann habe ich nichts, auf was ich ausweichen kann. Dann kann ich mit dem Handy noch Fotos machen, das war's. Deswegen, also das wäre meine größte Sorge, dass das Objektiv dann kaputt geht und ich kein zweites habe. So, jetzt im Prinzip fast noch wichtiger als das Packmaß ist das Feature 3, das ich ausgemacht habe und zwar die Offenblende mit 2,8. Jetzt mag man denken, ich mache mal das nächste Bild schon, jetzt mag man denken, ja gut, okay, also jetzt fängt ein anderes Reisesoom bei 3,5 an. Ist da jetzt ein riesen Unterschied zu sehen? Und ich kann euch sagen, ja, ist es. So, jetzt gucken wir uns dieses Bild an. Da ist die Steffi drauf, die Steffi Marth, die hat mit mir das Shooting gemacht, das ist ein Outdoor-Model und wir waren da in dieser Bergregion und ich habe dieses Foto gemacht. Ich war mit der Kamera wahrscheinlich so einen Meter 50 entfernt, vielleicht auch zwei Meter. Das ist so, das ist dieser Campervan und ich habe am Vordersitz vorbei fotografiert und sie hat da irgendwie Kaffee gekocht und eigentlich muss man jetzt schon sehen, das ist mit 28 Millimetern gemacht. Man muss sich jetzt schon fragen, warum sind denn bei 28 Millimetern die Berge so krass unscharf? Und ich habe, dafür habe ich mal ein bisschen reingezoomt, nicht mal 100 Prozent, sondern nur so ein bisschen. Und das ist jetzt kein zweites Bild mit einer höheren Brennweite, sondern das ist genau dasselbe Bild, nur einfach im Photoshop näher herangesoomt. Und wenn man dann sieht, wie krass unscharf bei 28 Millimetern und auch wie schön das Bokeh wird, das ist schon erstaunlich. Und da unterscheidet sich das 3,5 vom 2,8. Ich habe auch nochmal versucht, euch ein Foto zu machen vom Bokeh und von den Blendenlamellen. Also das sind einfach, durch die vielen Blendenlamellen wird einfach, ja, wird das Bokeh schön rund, es ist nicht oval, es ist einfach schön. So, jetzt, das habe ich extra nicht als Feature gemacht, sondern ich habe hier geschrieben, kein Feature, sondern eine Bedingung ist die Abbildungsqualität, weil es ist alles schön und gut, wie schön das Bokeh ist und wie unscharf die Berge werden, wenn die Qualität nicht stimmt. Das erste, die erste Herausforderung für das Objektiv war die Kamera, mit der ich das Shooting gemacht habe. Und zwar war das die Sony R7 Mark IV. Also wir reden von 60, 62 Megapixeln. Und das ist schon ein Brett. Also da muss man, da muss man, da muss das Objektiv schon performen, weil sonst, das sieht man, da sieht man jeden Fehler sofort. So, das ist der Eibsee, das ist die Zugspitze. Jeder, der in der Schule aufgepasst hat, hätte das gewusst. Jetzt habe ich gedacht, okay, was ist jetzt, das Bild ist jetzt, das ist gut, das ist okay, Sonnenaufgang, aber was mich jetzt an dem Bild interessiert, ist der linke Bildrand. Da seht ihr einen Wald. Und bekanntlich weiß man, Objektive machen dann Stress, wenn es an den Bildrand geht. Auch was die Schärfe, was Verzerrungen angeht und so. Und auch da habe ich jetzt einen 100%-Ausschnitt gemacht und der sieht so aus. Ich gehe nochmal zurück und ihr seht, das ist wirklich der absolute Rand vom Bild. Und da ist nichts unscharf in den Wipfeln der Bäume. Also das ist schon, das ist schon extra. Also das hätte ich so nicht erwartet. Hier auch nochmal die Abbildungsqualität. 200 Millimeter, mit 200 Millimetern fotografiert, so eine Ente am See. Und auch da habe ich mal auf 100% gesumt. Und es ist schon erstaunlich, wie detailgetreu die Haare sind und so. Klar, man sieht am rechten Bildrand, sieht man, da wird es ein bisschen unscharf. Das liegt aber auch daran, weil der Schärfenbereich so klein ist. Man sieht ganz deutlich vorne am Feder, an den Federn oder an den Haaren von der Ente sieht man es ganz gut und auch am Kopf. Ich gehe nochmal zurück, dass man nochmal realisiert, wie klein der Ausschnitt ist. Also bei 62 Megapixeln, ein 100%-Ausschnitt ist so. Und das ist schon, das ist schon richtig gut, muss man sagen. So. Ich will nicht nur über die Features vom Objektiv reden, denn das ist, also ich selber, jeder, der mich kennt und auch hier bei Tamron weiß man, ich bin nicht der Technik-Nerd. Ich bin eher der, der immer predigt, dass, wie man die Bilder macht, auch zählt oder dass das die Hauptsache ist auch. Deshalb will ich euch jetzt nicht nach Hause gehen lassen, ohne euch noch ein paar von meinen Tipps aufs Auge gedrückt zu haben. Fünf Tipps für bessere Outdoor-Fotos. Tipp 1. Die beste Kamera ist die, die man in der Hand hält. Das sagt man immer und das hat man bestimmt auch schon dreimal gehört, das ist nichts Neues. Aber bei Outdoor, Landschaft, Lichtverhältnisse, Wolken, Tiere, ist es halt einfach so, dass der Moment so schnell vorbei ist und der kommt halt auch nicht wieder. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht. Das ist der Sonnenaufgang um halb sechs morgens und ihr könnt erkennen, ihr seht, wenn ihr links guckt, da sind Wolken und dann ist ein ganz schmaler Streifen und dann sind wieder Wolken. Und maximal war die Sonne für fünf Minuten da. Und dieses Bild war machbar. Davor nicht, danach nicht. Wenn ich jetzt da hinlaufe und realisiere, oh, die Sonne kommt durch und muss meinen Rucksack absetzen und muss in meinem Rucksack kramen und gucken, oh, wo ist meine Kamera? Ah, ich habe noch, oh, ich habe gar keine Speicherkarte drin. Ja, muss ich noch reinmachen. Oh, ich habe meinen Akku noch. Und dann ist das Ding wieder weg. Ja, also das heißt, für mich ist Nummer eins, ich habe immer die Kamera in der Hand, auch beim Wandern, beim Laufen. Die ist nicht im Rucksack, die ist in der Hand, weil sonst passiert was und du kannst es nicht fotografieren, weil es schon wieder weg ist. Nummer zwei. Ausschlafen eher nein. Das hat das vorige Bild schon ein bisschen gezeigt. Ich habe gesagt, es war um halb sechs morgens und halb sechs morgens heißt nicht halb sechs morgens aus dem Haus gehen, sondern halb sechs morgens auf dem Berg stehen. Natürlich kann man ein Stück weit mit dem Auto hochfahren, ist ja klar, aber den Rest muss man laufen. Und bis man da ist, wo man hin möchte, dauert es auch schon mal eine Stunde. Das heißt, aufstehen eher drei. Und das muss man halt auch erst mal machen. Dazu muss man sich zwingen. Aber anders ist es halt einfach nicht möglich. Dieses Bild, das ihr jetzt seht, ist ungefähr eine halbe Stunde nach so einem Aufgang entstanden. Das ist noch gutes Licht, ja. Aber das ist schon sehr fortgeschritten. Also wenn man jetzt noch mal eine Stunde wartet, dann ist im Sommer das gute Licht, das richtig gute Licht schon weg. Dann hat man das Beste schon verpasst. Ihr seht es auch hier. Das ist noch mal ein paar Minuten später. Und ihr seht, wie sich das verändert. Also von so zu so zu so in einer Stunde. Und da sieht jeder, okay, da hat man nicht viel Zeit. Deswegen also ausschlafen eher nein. Es ist auch so, dass bei bekannten Spots ist es natürlich so, dass jeder abends da ist zu einem Sonnenuntergang auf dem Berg. Weil das kriegen die Leute hin. Also die sagen, oh, da auf dem Berg ist ein schöner Sonnenuntergang. Da gehen wir hin. Und dann ist es natürlich völlig überlaufen. Morgens um drei aufzustehen, das macht niemand. Also mir ist es nicht klar, warum das niemand macht. Aber es macht einfach niemand. Über die Jahre jetzt auch, aus Erfahrung kann ich sagen, das hat sich nicht geändert. Und deswegen ist es ja gut für die Leute, die raus können. Also die sie raus schaffen aus dem Bett, meine ich. Nummer drei ist Spiegelungen. Alle, die mich kennen, wissen, ich predige Spiegelungen. Ich bin ein Spiegelungen-Fan. Das heißt, überall, wo es eine Pfütze gibt, bin ich am Start. Auch hier, da war weit und breit keine Pfütze auf der Straße, nur eine. Und ich habe gesagt, Steffi, Steffi, du musst hier an die Pfütze ranfahren, damit ich ein Foto machen kann. Und was ich jetzt auch gemerkt habe, das ist, also das mag dem einen oder anderen vielleicht schon zu weit gehen. Aber ich habe gemerkt, dass wenn man so eine Zwei-Liter-Flasche Leitungswasser im Auto hat, da macht man sich auch schnell eine Pfütze selbst. Also wenn ihr sagt, jetzt eine Spiegelung mit einer Pfütze wäre total geil, aber es ist keine Pfütze da, dann macht man halt eine. Genau, gewusst wie. Aber wie gesagt, das kann auch dem einen oder anderen schon irgendwie zugestellt sein. Aber die ist 100% echt. Ich verspreche das. So, Nummer vier. Schlechtes Wetter ist gutes Wetter. Auch das ist nichts Neues, aber wird trotzdem auch sehr viel, weiß ich nicht, ignoriert, überhört. Schlechtes Wetter hatten wir bei dem Shooting oder in der Zeit genug. Deswegen war es kein Problem, schlechte Wetterbilder zu machen. Und ich finde nach wie vor, bei schlechtem oder nicht so schönem Wetter ist halt einfach alles immer ein bisschen stimmungsvoller. Ich habe nichts gegen Sonne. Ich habe auch nichts gegen sonnige Fotos. Aber ich finde einfach dramatischeres Wetter schöner. Und den Vorteil, den viele da drin nicht sehen, ist, man hat das schlechte Licht mittags nicht. Also muss man mal drüber nachdenken. Also weil sonst ist ja so, was ich gesagt habe, du bist, es ist Sonnenaufgang, du musst raus, du musst auf den Berg, dann hast du eine Stunde Zeit für gutes Licht und dann wird es schlecht. Und dann hast du vielleicht, dann ist es, was weiß ich, sagen wir mal 8 Uhr, 9 Uhr morgens und dann hast du kein gutes Licht mehr bis 5 Uhr abends oder 6 Uhr abends. Und bei schlechtem Wetter, sage ich jetzt mal, ist das Licht durchgehend flach, dramatisch und so weiter. Da ist viel möglich. Und halt auch über den ganzen Tag verteilt. Deswegen, also für mich ist schlechtes Wetter sehr gutes Wetter. Auch das Bild als zweites noch, da war es auch sehr schlechtes Wetter. Es hat geregnet. Wir haben uns dazu entschieden, einfach mal in dieser Berghütte zu bleiben und einen Kaffee zu trinken. Und zack, hast du ein Fotomotiv. Also das zwingt dich auch, das schlechte Wetter zwingt dich vielleicht auch nochmal ein bisschen um die Ecke zu denken und nicht das Normale zu machen, sondern man muss sich seine Motive so ein bisschen suchen. Nummer 5 heißt Langzeitbelichtung. Auch da habe ich schon ein paar Mal gesagt, es gibt einen sehr, sehr einfachen Weg, Langzeitbelichtungen zu machen. Da komme ich gleich drauf. Hier war es zum Beispiel so, wir waren auf so einem Grillplatz am See. Das ist ein privater Platz. Den hat uns jemand organisiert. Und ich wollte so ein Bild machen, wo die Kamera recht weit über dem Wasser ist. Und das ist natürlich sehr schwer. Ich habe unten die Metadaten hingeschrieben. Das ist quasi mit 0,8 Sekunden fotografiert. Und da musste man, hätte man die Kamera so übers Wasser halten müssen. Da wird es schon sehr schwierig. Witzigerweise stand am Strand eine leere Bierkiste. Die habe ich genommen, habe die ins Wasser gestellt, habe die Kamera draufgelegt, habe abgedrückt, habe ein Foto gemacht. So. Was aber für mich der absolute Trick der Langzeitbelichtung ist, ich hoffe, es gibt ein paar, die das noch nicht gehört haben. Ich sage das nämlich sehr oft, ist der Serienauslöser. Also die Serienauslösung. Wenn ihr auf Serienbild schaltet, euch konzentriert, einatmet, die Luft anhaltet und abdrückt, dann ist in der Regel das Erste und das Letzte, also die ersten Bilder sind unscharf, weil ihr da noch so euch so einpendelt. Und die letzten Bilder sind unscharf, weil irgendwann wird es ein bisschen, weil ihr vom Drücken einfach drücken und loslassen. In der Mitte ist aber 100 Prozent sind Bilder scharf. Und ich habe eine unfassbar hohe Trefferquote mit dem Trick und schaffe es also in der Regel bis, also wenn man es auf die Spitze treibt, schon bis zu einer Sekunde, halbe Sekunde, Sekunde kann man da aus der Hand locker fotografieren, wenn man das macht. Wie gesagt, hier hat es nicht funktioniert, weil da ist es zu wackelig, wenn man die Kamera über den See hält. Aber sonst ein guter Tipp, versucht es mal. So, nun kommen wir zum Ende. Was halte ich jetzt von diesem 28-200 Millimeter Objektiv? Wie gesagt, ich habe früher auch schon die anderen Reisezooms von Tamron für Shootings gehabt und muss tatsächlich sagen, das ist qualitativ, ist es nochmal eine ganz andere Hausnummer als bisher. Und auch da, ich versuche ja da immer meine ehrliche Meinung zu sagen und nicht das, wo man sagt, ja, das muss der sagen, weil der steht ja hier im Tamron-Studio, was soll der sonst anderes sagen? Das stimmt. Aber ich muss ja meine Kunden, also ich mache das ja nicht zum Spaß alles, also die Fotografie, sondern ich lebe ja davon. Ich muss andere Leute davon ernähren. Das heißt, ich würde mich ja nicht aufs Glatteis begeben, bei Kundenaufträgen Fotos zu machen, wo ich weiß, oh, ob die scharf werden oder nicht oder ob das funktioniert oder nicht. Das weiß ich nicht. Lieber mal die Finger davon lassen. Ist ja Quatsch. Also natürlich muss die Qualität stimmen, ansonsten funktioniert es für mich nicht. Und dieses 28-200 Millimeter Objektiv würde ich ohne Bedenken nach Grönland aufs Eis mitnehmen und damit die Kundenfotos schießen, weil das ist 1A. Also ich kann da nichts irgendwie gegen sagen. Vor allem, wie gesagt, Formfaktor und Offenblende hat es für mich rausgerissen. Ich habe euch noch einen Film mitgebracht. Also ich habe mir den Stress gemacht, während wir fotografieren, auch noch ein bisschen zu filmen, ein paar Eindrücke einzufangen, wie das aussah mit der Steffi, dass ihr auch seht, dass es wirklich auch das Objektiv war. Ja, das haben wir auch wirklich genommen. Den würde ich jetzt nochmal abspielen und sage jetzt aber schon Tschüss und danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.